Nein, wir sind tot. Wir sind tot, Leute. Wir sind tot. Nein, er hat sich zu mir geflogen, was? Wir haben ihn. Nein. 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 Er hat sich umgebracht, ja! Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute ist die letzte Folge von Hashtag OneNote. Heute gibt es eine Challenge, und zwar darf ich nur mit Blöcken spielen. Spricht, Leute, die Pickaxe ist rausgevotet worden. Grüße hierbei gehen wieder an die OneNote-Kandidaten aus den Kommentaren raus. Einmal den LOLGOHD und den FinalSkill Mike Crash und TwoEpicTwins. Danke, dass ihr Konkis geschrieben habt. Ja, Leute, hier für euch alle anderen. Das Format ist vorbei. Jungs, ihr dürft gerne noch Kommentare mit der Hashtag OneNote schreiben, aber, ähm, ja, bringt halt nichts mehr. Denn, ja, wie gesagt, das Format ist jetzt vorbei. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr mich so heftig supportet habt die letzten Tage. Ja, ich mache jetzt auch immer noch Daily Uploads vor euch, weil ich gemerkt habe, es bringt viel. Ja, die Leute mögen es. Ich feiere es selber. Und, Leute, ich bin relativ froh, dass wir soweit gekommen sind. Ja, dass wir nicht irgendwann aufgegeben haben. Ich bin gerade etwas erschöpft, da ich gerade, weil das Freitag, ja, vier Videos vorproduziere. Äh, und, ja, der ist aber, der ist nicht tot. Nein, er hat eine Leiter. So, dann stacken wir uns mal eben kurz zu dem Schwarzen rüber. Denn, Leute, ich darf nur mit Blöcken spielen. Ich darf nichts anderes benutzen, was echt sehr hart belastend ist. Wenn man auch im Gegensatz zu sonst gute Gegner hat und er hackt sogar. Das bedeutet, wir holen uns sein Bett. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir den reporten. Boah, wen kann man MS gehen? So, Leute, ich habe eben mal einen Supporter geholt. Nein, er hat sich zu mir geflogen, was? Jungs, er ist gerade zu mir geflogen. Niemals. Was? Ihr habt das gesehen, Leute, ihr habt es gesehen. Leute, ich muss echt mal was sagen. Rewi, danke für den Support und so. Ja, aber, ähm, ich bin tot. Oh, bitte nicht mein Bett holen, Hacker. Bitte nicht mein Bett holen. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, ja, der wurde gebannt. Ja, der Hacker wurde gebannt und ich habe den noch getötet. Leute, mir ist kackegal, wie lange diese Runde hier geht. Ja, weil das ist, ähm, sehr, sehr schwierig, eine Runde zu gewinnen. Aber, Jungs, ihr kennt das bei OneOut, wenn ich eine Runde gewinne, dann ist es egal, ob ich danach nochmal was verliere. Ich schneide dann einfach noch ein bisschen schöne Szenen rein und eine Runde, wo ich noch gut drüber rede. Jungs, danke für den heftigen Support in der letzten Zeit. Ich finde das so schön, wie ihr mich supportet, auch wenn das Format nicht heftig geklickt wird. Ja, und nicht ab und zu Abo-Box-Bugs hat, Leute. Das motiviert trotzdem, euch zu sehen, wie ihr auf das Format abgeht. Er schreibt schon in eurem G-Rack. Auf jeden Fall, schöne Grüße gehen raus und ein Riesen-Bussi an Rednox. Leute, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Wir müssen noch einen Block abbauen. Nein, nein! Ja, es ist ziemlich... Nein! Und der Typ holt sich, glaube ich, Gold. Leute, wir können uns sogar sein Bett holen, aber er holt sich unseres auch. Bitte, bitte, bitte. Unser Bett ist weg. Nein! Leute, wir haben so ein Problem, ne? Und er schwitzt halt mit seinem Equip. Ich kann da nicht viel machen. Danke, Wackelstein, für den Ghost, aber ich brauche... Ich... Jungs, ich brauche keine Tipps. Leute, wir verstecken uns. Vielleicht sieht er uns nicht. Er sieht uns. Er sieht uns. Jungs. Wie hat er uns denn erst gesehen, bitte? Nein! Wir sind tot. Wir sind tot, Leute. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot! So, da sind wir auch in der zweiten Runde, Leute. Ich bin so am verzweifeln. Das war eben so knapp. Und dann sowas. Oh mein Gott. Wir haben ihn einfach outplayed irgendwie. Gut. Jetzt nur noch töten. Nice! Oh, 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 oh. Oh mein Gott, er ist runtergefallen. Ja, 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 ja. Nein! Ja! Ja! Ja, wir haben sein Bett. Und wir haben auch ihn. Wir sind zu dritt, Leute. Direkt weiterbauen. Und verkacken. Lol, sein Bett ist weg, Leute. Wir müssen... Warte mal, ist das überhaupt da, seine Base? Nein. Aber wir müssen uns trotzdem hier weiterbauen. Weil auf der anderen Seite ist es viel zu gefährlich, Leute. Viel zu gefährlich. So, weiter geht's. Und er baut sich, glaube ich, zu uns. Ja, unser Bett ist weg, Leute. Der Typ hat sich zu uns gebaut. Ernsthaft? Warum gehen die jetzt nur auf mich, Leute? Ich check's nicht. Weil ich hab irgendwie nur Blöcke, wisst ihr? Ich kann halt nicht wirklich viel machen. Bissi, schade, echt. Nein! 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 Ich bin tot. Oh mein Gott, ich leb! Jungs, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab drei Kills. Ja, es ist mir egal. Ja, Leute. Es ist mir egal, ob ich die nächste Runde verliere. Ich hab drei Kills. Eben, zwei Kills. Ich hab mir das sowas von verdient. Verdammt ist das intense. Er fragt schon, bist du ein Nick? Ich hab mich jetzt mal entnickt. Bin nur leider tot, weil er halt Equip hat und ich nicht. Jitterkünstler am Start, Leute. Oh mein Gott. Schnell durchrennen. Schnell durchrennen. Schnell durchrennen. Ganz schnell. Nein! Ich muss ihn spawn trappen. Ich muss ihn spawn trappen. Ich muss ihn spawn trappen. Alter! Flieg! Digga! Jungs, ich muss ihn so dick spawn trappen. Oh mein Gott. Nein! Ja! Oh mein Gott. Wir kriegen's. Wir haben's. Er hat sich umgebracht. Ja! GG, Leute. Damit würde ich sagen, das war's mit der Runde One Out. Only Vlogs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lass einfach ein Like da. Das war's Finale. Hab euch lieb. Jetzt, ab jetzt, heute. DdUploads 15.30 Uhr jeden Tag. Neues Video. Hab euch lieb. Ciao. Outro. T vrijeks. imt holdred ogi-